Und du erritzt nie, was dann passiert ist. Kate, hörst du mir überhaupt zu? Es war eine Million Euro, wirklich. Kate! Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Oh, wirklich? Jake denkt, er ist so clever. Nimm das. Schau dir diesen Strahl an. Ah! Ah, Selfie! Ich bin erschöpft. Einkaufen ist das Beste. Wir müssen jetzt checken, ob wir alles haben. Lebensmittel und Kleidung, check. Oh, ich habe das Kleid vergessen. Ich kann es in fünf Minuten besorgen. Auf keinen Fall, Kate. Keine Sorge, pass in der Zwischenzeit auf meine Sachen auf. Was ist gerade passiert? Gut, dass wir vorspulen können. Mach ein bisschen Sport. Du kannst auch meditieren. Wie spät ist es? Äh, Kate! Ich kann genauso gut was trinken. Der arme Kerl sieht aus, als wartet er schon ewig. Hm? Hat mir gerade jemand Geld gegeben? Warte, ist das Toilettenpapier? Oh, das bringt mich auf eine Idee. Ich werde es einfach schön falten. Wow, ich bin wirklich gut darin. Wer hätte das gedacht? Jetzt ordentlich abreißen. Das muss so. Wow, es ist wirklich weich. Jetzt doppelseitiges Klebeband. Zieh es vorsichtig ab. Alles ist fertig für Kate. Oh, perfektes Timing. Was für ein Zufall. Vielen Dank, Jake. Oh, ist okay. Alles gut. Wollen wir gehen? Nach dir. Es entfaltet sich. Es funktioniert. Warum starrt mich dieser Widerling so an? Was hängt an mir? Das nimmt kein Ende. Jake, du warst das. Stimmt's? Sieh zu, wie du nach Hause kommst. Kate, warte auf mich. Ich esse einen Salat und singe ein Lied. Ich bin so ausgetrocknet. Brauche etwas Saft. Was soll das? Er trinkt immer noch. Nimm ein Glas, Jake. Bla, bla, bla. Kate ist so herrisch. Benutze das Glas. Benutze das Glas. Ich werde so fit sein. Warte mal. Oh, er wird das noch bereuen. Zeit, ihm eine Lektion zu erteilen. Genau die richtige Menge an scharfer Soße. Achte darauf, dass der ganze Deckel bedeckt ist. Oh, das ist wirklich scharf. Da kommt er. Nach so vielen Wiederholungen brauche ich mehr Saft. Wasser. Wo ist das Wasser? Ich brauche literweise Wasser. Oh, das war so feurig. Möchtest du noch etwas Saft? Auf keinen Fall. Dann bleibt mehr für mich. Flakes. Flakes. Sieh dir diese kleinen, schokoladigen Kugeln an. Lecker. Mein absolutes Lieblingsfrühstück. Jetzt Milch drauf. Genau die richtige Menge. Endlich. Es muss noch mehr geben. Nein, nein, nein. Sie ist alle. Das ist nicht dasselbe. Ich will das jetzt nicht mehr. Oh, ein Anruf von meinem Lieblingsmenschen. Ich werde diesen sehr wichtigen Anruf voranders entgegennehmen. Ich muss diesen wichtigen Anruf annehmen, weil ich so wichtig bin. Ich bin immer noch sauer wegen der Milch. Er hat seine Flakes zurückgelassen. Hm, ich habe eine Idee. Ich nehme einfach dieses Katzenfutter. Riecht nach Fisch. Hier. Mietz, mietz, mietz. Das war so ein wichtiger Anruf. Zurück zu meinen Flakes. Ja, er tut es. Sein Löffel ist voll. Zeit für Schokolade. Es ist im Mund. Oh, was. Ekelhaft. Er hat es ausgespuckt. Was hast du gemacht? Wir tauschen. Das sind jetzt deine Flakes. Oh, ein Sandwich. Nicht so schnell. Das ist meins. Dann schaue ich, was wir im Kühlschrank haben. Nicht viel. Ich nehme mir einfach die andere Hälfte. Das ist ziemlich lecker. Ich habe mein eigenes, also ha. Wow, ich bin satt. Jetzt alles wegräumen. Und was, sie hat den Teller stehen lassen. Das wird sie bereuen. Zisch, kleine Fake-Schlange. Ich brauche nur etwas Angelschnur und binde sie fest. Ich muss sie straff ziehen. Jetzt noch starkes Klebeband und die Schnur daran festkleben. Das wird super funktionieren. Das wird super funktionieren. Das Tip kommt genau hier hin. Mach ein kleines Neckelchen. Schlange. Das wird episch. Ich schätze, dass du das Sandwich auch nicht teilen willst. Keine Flakes mehr. Ah, ich hasse Schlangen. Das passiert, wenn man schmutzige Teller stehen lässt. Du bist echt schlimm. Es ist so heiß. Gut, dass wir den Ventilator haben. Nein. Das ist der schlechteste Moment, um kaputt zu gehen. Es ist so heiß, dass ich nicht an mein Wasser komme. Zu weit. Der Verlierer muss das Wasser holen. Schere schlägt Papier. Deine Hälfte. Und meine Hälfte. Nicht so viel. So erfrischend. Das ist zu viel. Oh, das Wasser war großartig. Du hast alles ausgetrunken. Du bist so ein Idiot. Mir ist immer noch so heiß. Was macht dieses Stück Seife hier? Oh, das wird meine Rache. Ich brauche ein Glas für diesen Plan. Dann etwas Schokolade. Perfekt zum Schmelzen. Als nächstes die Seife und einen Eisstiel. Und dann das Stück Seife auf den Stiel schieben. Jetzt die leckere Schokolade. Einfach in die geschmolzene Schokolade tauchen. Die ganze Seife muss bedeckt sein. Sieht ziemlich echt aus. Eureka. Ich bin zurück. Schau, was ich habe. Das wird echt episch. Ich liebe Eis am Stiel. Oh, da ist Erdbeere in der Mitte. Das ist widerlich. Du hast es verdient. Was? Blasen? Ich habe kein Wasser mehr. Überall Blasen. Genieße deinen schaumigen Mund. Und waren diese Streiche lustig? Probiere sie aus. Aber teile dieses Video auch mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere die 123 Go School YouTube-Seite, um noch mehr inspirierende Videos zu sehen.